Gute und schön dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren folge expeditionsaurem mutrunner game wir spielen hier noch treibsand ich versuchte noch mal abzuschleppen dann haben wir das letzte mal stehen lassen haben was anderes gemacht jetzt bin ich wieder hier und will dann hier ein stückchen zurückziehen wenn es geht jetzt wir müssen wir zurück es steckt einfach fest okay jetzt geht es auf einmal wir werden nicht mehr raus noch weiter reingefahren mit was anderes Nein, der will nicht. Da hol ich mir doch den Motor ein bisschen kaputt, ne? Na toll. Ja, das ist gut. nur daraus geht gar nichts noch wer will nicht schon weit weg hallo ohne um okay ich gebe dem jetzt mal einen schubser der will überhaupt nicht weg darüber ziehen kann schon auch nicht das geht doch bis hin so so ja und jetzt kommt der vorwärts mit oder nicht raus hier bühne bühne oh Nein. Warum kommt denn nicht mit? Da ist wieder wieder da, oder? Kommst du jetzt mit? Das ist ein Baum, da. Nee. Hmm. Hmm. Ich kann nicht schmühen, oder? da geht gar nix ich finde ich die worte auch noch da geht nix Englisch hier irgendwo, wir gehen hier gar nix so jetzt müsste der doch mitkommen ich habe rausgekriegt, oh man, was eine Aktion wenn er jetzt hier hängen bleibt, dann weiß ich auch nicht muss er hier mit durchkommen so schön hoch so 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 So. 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 Also. So. 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 Das war's. ich weiß nicht ich glaube ich mache das nächste mal was anderes lassen wir erst mal stehen hier ich bin da nicht raus hmm der lkw geht auch nicht mal an der hilft nicht mehr dazu da ist kein sprit mehr drin keine ahnung nee ich bin da nicht drüber jetzt muss ich dran vorbei noch nicht hoch und sprichst auch gleich wieder leer sprichst auch gar kein bock mehr da müsste ich mich jetzt wieder müsste ich wieder sprit holen und muss wieder erfahren und dann das dauert mir zu lang den kriegst du nicht raus also gut leute macht hier schluss das gibt eine kurze folge ja gut gescheitert würde ich sagen das sehen wir uns beim nächsten mal da gehen wir wieder in die kapaten denke ich mal okay danke fürs zuschauen tut mir leid das nicht geklappt hat aber mir geben die auf bekommen hier wieder zurück nach irgendwann eines tages also so cheerio